Feindliches Schlachtschiff gesichtet. 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 Schmerzt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Du wirst mich heute nicht mehr torpedieren. Komm! Das war's für heute. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Die innerischen Kreuzer entdeckt. Jetzt brennt die Erde schon wieder. Und da gibt es wirklich, der Sieg ist greifbar nahe. Jetzt brennt diese Tische wieder. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.